Ey, ihr zwei hübschen, das ist der Kommandant. Ey, ihr zwei hübschen, keine Zeit für Kaffee-Kränzchen. Wir starten die Offensive auf Burg Doma. Meldet euch beim Stoßdruck, aber zack, zack, zack. Ne, das ist kein Clown, aber der Typ ist sick, der ist einfach komplett durch. Angrief! Wow, was tun die da, Bobs? Das war mehr als interessant. Wir haben keine Chance, ihre Zahl ist zu groß. So naht also unser Ende. Verzagt nicht. An eurer Stadt will ich kämpfen. Sein Herrn schwor ununstößliche Treue. Um Land und Ideale zu verteidigen, fürchtet dieser Krieger selbst den Tod nicht. Zion. Okay. Ist erst die Anführer besiegt, sollten die imperialen Truppen in Panik fliehen. So will ich denn zu Taten schreiten. Wie redet der denn? Interessant. Ich hätte Bob nennen sollen. Für Sian schlagt ihren Kommandanten. Okay, kriegt er. Ium. Ich bin Sian, stolzer Krieger Domas. Fordere euch zu einem Duell. Kenjietsu. Fung. Fung. No, skip him. Bam. Yeah. Das war nice. Keine Chance, der Sack. Komm, Sian. Zieh ab. Bam. Man. Awesome. Schwarzgurte halten. Unser Kommandant ist gefallen. Rückzug. Bye. Wir verschanzen uns in der Burg und warten, bis der Feind zermübt ist. Okay, das war noise. Oh, shit. Wenn die uns sehen, ist es vorbei, ne? Hallo? Wuff, wuff, wuff. Oh, hey. What is... What happened? Schade, ich dachte, ich könnte hier ein paar Vorräte klauen. Na, doch... Oh, der Deckel lässt sich einfach nicht öffnen. Also gut. Treten. Ah. Verflucht. Entdeckt. Vom Hund. Hallo? Der hat mich doch eben schon entdeckt. Typ. Egal. Truff. Dobermann. Okay. Los. Truff. Oh, Mann. Die halten aber aus. Okay. Cool. Nicht wirklich. Oh, okay. Sternanhänger halten. Cool. Ah, dem kann ich auch was geben. Gut. Gauntlet. Was kann der Sternanhänger? Träger vor Gift bewahren. Gürtel aus einem fernen Land. Angriffe werden manchmal direkt gekontert. Das ist great. Und ihn müssten wir eigentlich mal optimieren. So. Und Sternanhänger. Alles klar. Geht ab. Wifi. Hello. Der entdeckt uns genauso. Der Sack. Ich seh's kommen. Hi. Uh. Der Mac dabei. Uncool. Au. What the fuck. Hoffentlich lasert er nicht nochmal rein. Metall tritt. Alter. Ja. Ja. So ist gut. Das war okay. So. Ha. Ja. Würde ich genauso tun wie wie. Okay. Hier gibt's nichts zu holen. Das war jetzt total sinnfrei. Da so rein zu stürmen. Aber na gut. Gut. Ja. Dann melde ich mich doch nochmal. Wollte ich gestern eigentlich schon tun. General Leo. Die Domaner. Domaner. Haben sich in ihre Burg zurückgezogen. Ihre liebste Taktik. General. Wir sind bereit für die Erstürmung der Burg. Er teilt den Befehl und wir greifen an. Dein Mut erhält dich. Doch übe dich in Geduld, Soldat. Ein Angriff zu diesem Zeitpunkt würde zu viele Leben kosten. Aber mein General. Für das Imperium gebe ich mein Leben jederzeit mit Freuden. Du kommst aus Maranda, nicht wahr? Las Miranda. Nun ja. Doch warum fragt ihr? In deiner Heimat wartet deine Familie auf dich. Erwartest du von mir, dass ich mit deinem Schwert vor sie trete? Ich könnte ihn nicht in die Augen sehen. Du magst ein Soldat gestern sein. Doch vor allem bist du ein Mensch. Und ein menschliches Leben ist zu kostbar, um es einfach so zu verschwenden. Der Imperator würde mir sicher beipflichten. Jawohl. General Leo. Eine Botschaft von Imperator Gestahl. Was? Der Imperator verlangt nach mir. Ich kehre unverzüglich zu Hofe zurück. Jawohl, Sir. Verstanden, Sir. Sehr wohl. Die weitere Operation liegt in euren Händen. Enttäuscht mich nicht. Zu Befehl. Du hast mich gehört. Überall nichts. Zu viel Blut würde fließen. Ich zähle auf euch. Jawohl, Sir. Ihr könnt euch auf uns verlassen, Sir. Sehr wohl. Das ist also General Leo. Er mag ein Feind sein, doch scheint er kein schlechter Mensch. Ja, ich seh schon. Okay, da konnte ich jetzt nicht lange. Das ist der Kefka. Ist der blöde Leo erstmal fort, wird dies Wassergift sofort. Und wer es auch nur kurz berührt, sich nicht mehr von der Stelle rührt. Der Imperator ruft nach mir. Ich werde unverzüglich abreisen. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Ich bin kein zaudernder Feigling wie du. Zügle deine Niedertracht. Auch die feindlichen Soldaten sind am Ende nur Menschen. Vergiss das nicht. Kein Mitleid für Verräter, die mit den Rückkehrern kollaborieren. Nicht als hätte ich mir diese armselige Schwäche überhaupt je zu Schulden kommen lassen. Okay, Vivi, bis später. Ja, sei ein braves Hündchen und lauf zu deinem Herrschen, Wuff. Kefka, äh. Ist das Gift vorbereitet? Aber General Leo sagte doch. Siehst du den hier etwa? Jetzt bin ich der Boss, bring das Gift. Auf Burgdoma befinden sich auch Gefangene aus unseren eigenen Reihen. Sollten sie von dem Wasser... Na und? Narren, die in die Hände des Feindes fallen, verdienen den Tod. Alter, wie ist der denn drauf? Einspruch, euer Unehren. Bah, lästiges Geschmeiß. Geschmeiß, Geschmeiß. Krieche am Boden, du Wurm. Äh, nein, Kefka. Fucking piece of shit. Autsch, das tut weh. Kefka, hier geblieben. Bin ich dein Hündchen? Alter, was hat Horst? De Kefka. Bleib stehen. Ist kein Mittagspause-Stream. Ich hab Urlaubs-Stream. Hallo? Bleib stehen. Oh, der Kefka ist so ein Vollhorst. I hate him. Echt mal. Der ist sowas von krank. Okay, hier sind zu viele Mechs. Können wir die klar machen? Komm schon. Kefka. Okay, ich greif von hier an. Haha. Lästig, in der Tat. Okay. Swing. Wildfangen. Okay, guck. Wow. Autsch, das tut weh. Zau dir wieder ab. Kefka, hier geblieben. Bin ich dein Hündchen? Das ist ein Assi. Als wenn ich Zeit hatte, den ganzen Tag herumzuspielen. Das nächste Mal bin ich nicht so gnädig. Okay. Aha. Vitrilehandschuh. In der Truhe steckt ein Monster. Holy Smokes, wer hat denn das Monster da reingesteckt? Äh, Meteorit. Ah. Jetzt hab ich gefehlt. Angriff. Technik ungenau ausgeführt. Milde ausgedrückt. Da hab ich natürlich irgendwie komplett verpeilt. Ultraschallwelle. So. Meteorit. Äh, RB. LB. Runter, hoch, A. So, jetzt besser. Oh nein. Ja, okay. Das war in Ordnung. Verfehlt. Ah, lutsch mir doch den. Fiesen. Kommt, der geht klar. Bäm. Noise. Ist ertönt ein Alarm. Oh nein. Jetzt stirbt er wahrscheinlich, hä. Nein. Die. Die. Der lebt ja immer noch. Mega-Tobsucht. Ähm. Macht ja nichts. Okay, geb ihm. Komm, komm, komm. Au. Müsste der jetzt nicht mal auf. Fuck. Warum stirbt der denn nicht? Items, High Potion, Add Self. Fiese Scheiße, ehrlich. Warum stirbt der denn nicht? Okay. Okay. Oh, what the hell? Nice. Jetzt habe ich keine Kontrolle mehr. Aber ist okay. Komm, gib ihm 500. Nicer Tackle, alter. Die. So, fertig. Okay. Ja. Grünes Barrett, okay. Leer. Okay, mehr scheint hier auch nicht drin zu sein. Verfluchtes Militärlager. Seriously. Okay. So, Kefka, du Bob. Jetzt geht's auf die Nüsschen. Obwohl, geht hier noch mehr Zeug? Irgendwie nicht. Ha. Ne. Okay. Cool. Habt wichtige Termine. Das überlasse ich euch. Fuck you. Uh, die sehen nochmal was gefährlicher aus jetzt. Swing. Dead. 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 Ne, noch nicht ganz. Axt-Heap. Hm, die sind schnell. Uncool. Gut, aber die haben keine Chance. Unabhängig davon. Gib ihm. Eine Symphonie aus tausenden Todesschreien wird meine Ohren umschmeicheln. Kefka. So, shit. Fürst Sian. Die imperialen Truppen scheinen sich wieder zu regen. Vorboten einer neuen Offensive. Das Wasser ist verfärbt. Und das Wasser ist verfärbt. Nein. Unglaublich. Fürst Sian. Mir stinkt dieses Gift. Weltschändliche Heimtücke. Auf jeden. Seine Majestät. Wir müssen ihn schützen. Sollten wir tun. Wo ist Seine Majestät, Alter? Wo ist Seine Majestät? Ah, ja. Schnell, Seine Majestät ist in Gefahr. Wie wahr? Doch, der Thronsaal ist nah. Was müssen die in Reiben sprechen? Was ist denn mit denen? Wo ist Seine Majestät? 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 Untertitelung des ZDF, 2020